Ich bin Ethan. Ethan Winters. Das mit den Bakers ist jetzt drei Jahre her. Ich wollte meine vermisste Frau finden. Ich bekam eine Mail von ihr. Da stand, ich solle sie holen. Naja, so bin ich halt in Louisiana gelandet. Als ich Mia fand, war sie in einem dunklen Keller eingesperrt. Sie war völlig von Sinn. Hat mich angegriffen wie ein wildes Tier. Später habe ich rausgefunden, dass sie mit einem Pilz infiziert war. Ich habe auf dem ganzen Anwesen nach einem Gegenmittel gesucht. Die Leute, die da wohnten, waren auch infiziert. Sie hatten alles Menschliche verloren. Der Grund dafür war eine Biowaffe, die aussah wie ein Mädchen. Ihr Name war Evelyn. Ich habe die Familie bekämpft und Mia mit einem Serum behandelt. Dann sind Chris Redfield und sein Team aufgetaucht und haben uns da rausgeholt. Reicht das. Ich möchte wirklich nicht mehr darüber reden. Es ist vorbei.